Falsche Text! Ich bin nicht mal Warschip! Herzlich Willkommen bei Anno18! Hallelüchen! Ich habe es geschafft, das Rotos-System einzuführen. Es war ein bisschen... Ja, wie gesagt... Ich habe zuvor gesagt, ich und mein Englisch-Skill ist am Arsch! Wer Englisch kann, herzlichen Glückwunsch! Ich kann es nicht. Wie auch in anderen Videos. Das haben wir schon gesagt. Ich habe die neue Filter. So! Alles klar! Ich kann gleich ein paar Stunden wieder arbeiten gehen. So, ich habe jetzt eine Rude gestellt. Vor allem meine Hauptinsel zu der anderen Insel. Um die Leute hier aufzusteigen. Und... Für die Bier brauche ich Handwerker. Und für die Handwerker brauche ich jetzt mal ein paar Leute. Nicht viel, aber nur ein paar... Umherz... Also, mal ein bisschen zurückkommen. New Orders? Deswegen. Mal ein bisschen vorspulen. Schöner, reporting? Wolltest du sagen? Die erste Schürfe sind relativ echt lahm. New Orders? Items, da kann man ja was verbessern. Was... ...den Geld... Könnte man, hätte man auch hier machen können... Hier, äh... ... ähm... ... hier eine Kette... ... und dann so rüber schaffen. Ah, hier sind die Freckgarten. Oh Gott. Da sehen wir wirklich gut aus. Ah, so, es geht weiter, so, jetzt bin ich dabei, meine Bevölkerung hier ein bisschen aufsteigen zu lassen. Nicht viel, aber nur ein bisschen. Um mir zu stellen und ja, und ihr alle befreit. Uiuiui, klingt nicht gut. So, jetzt mal hier bisschen, wieder schweinchen. Wollen wir meinen Expeditionsstuhl findet und hier für meinen Zoo. Äh, hier ist alles voll. So, und jetzt ein bisschen. Aim the same. Wichtig, vor allem. Diesmal klatscht ich einfach so, hier haben wir so grob angeriert. Und jetzt brauche ich wieder Arbeit. Zack. So. Jetzt brauche ich wieder eine Stelchen, um die Wand abzuhalten. So. 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 Jetzt müssen wir Richtung Bier gehen. Die restlichen Bedürfnisse sind mir gut egal. Ich will langsam das Bier erstellen. Jetzt müssen wir jetzt besser hinklatschen. Hier ist ja nicht so viel. Äh, ne. Die Straße. Okay. Bierfest hab ich auch jetzt. Hm. Ich habe kein Bier, aber egal. So. Bier. Was brauche ich denn? Bretter. Backsteine und Stahl. Ich mache jetzt mal hier das Weizen. Da kann ich das Beste mal ins Zimmer. Da braucht man ja eh allgemein sehr viel Platz. Zack. Oh, gleich noch ein. Oh, ja, ja, ja. So. Jetzt brauche ich mal ein Häuschen. So, die ersten Kürzungsgitter habe ich schon mal. Jetzt brauche ich das dazu. Und ich brauche dafür Stahl. Bretter bei Dorf wieder. Wie war das? Aber für ein paar Ketten so viel Aufwand zu betreiben. Das ist echt nicht feierlich. Das ist ein bisschen kleiner. kleiner. Ich glaube, das sind die anders zum Klappen. Ich zeige das so. Sieht deswegen faktisch schön aus. So. Ich finde es aber komisch von riesen, so von großen Feldern in kleinen Feldern, aber in Großform. Ist auch eine ganz gute Veränderung. So. Jetzt bräuchte ich andere Material. Oh, ich habe komplett in volle Lagerhäuser. Oh, okay. Das ist noch cool. Habe ich Cypher eigentlich schon mal auf Lager? Cypher habe ich auch schon mal auf Lager. Oh, ey. Revolution? Yeah, wir haben einen Riot. Wo habe ich das plötzlich das Bier weg? Ich mache mich mal hier. Äh. Ja, ich sehe so ein Subion. Blame it against Stacking. So. Attention for the Admiral. So. Ich brauche erstmal Zielsteiner. Und starten. Und bretter. Ich finde es komisch hier keinen Wegsack zu haben. nur Stahl. On our way. Ja, es ist ein bisschen seltsam, dass man nicht wie in den alten Teil Werkzeug mehr hat. Alfürst aber auch sehr viel mehr an Zeug zu tun als vorher. Ich habe das Gefühl, du hast, es ist ein komplett neuerer Teil, aber du hast viel mehr Produktionsketten. Du musst Insel gründen, Arbeiter, also wie eine Siedlung hinzuklatschen. Game save. Und dann die gleiche Produktionskette nochmal drauf zu klatschen, um die Wirtschaft da drin drauf in die Insel zu laufen zu bringen. Das ist ja echt Wahnsinn. So. Deswegen. Ich habe nur schon mal die erste Abschnitt Ich habe schon mal Ich kaufe jetzt die Dings hier. Ich würde sagen hier klatschen die ganze Weizen hin. Ich mache die Straße hin. So. Und hier. Das ist mir jetzt auch relativ groß. Okay. Ich brauche mehr Arbeiter. Whooshed. A new mile step. New orders? Wie? Auf einmal raus? On our way. Oh des 136 Bürger kann man ich sage einfach Bürger dazu um mein Bier zum Lauf zu bringen. Das ist irgendwie beschissen das war meine pf anbieter für kiepsi oder nicht wenn du mit dazu noch die von ja auch gehen wir auch mal ich würde auch keine brot haben es muss ja eine rot muss das problem ist auf die karte hast du jetzt sonst auf normalen karten hast du kein geben jetzt hast du gegen will ja noch langsamer das ist auch so berechnung so alles so fortuna da wie einspielen ist ja wahnsinn jetzt habe ich genug arbeit jetzt wollen sie eine kirche ich hab hier noch ein paar weizenfelder noch hin und meine leute zu haben soll für die inselien zu stellen so so Die Mengen hat eigentlich schon reichen. Zack. Weizen ist bei mir fast null. Ach du Scheine. Oh, und ich so viel Weizen um Hopfenherzen, um das Dings herzustellen. Nein, ich komme mit fünf Plantagen aus. Ich habe ja nebenbei noch eine Mühle hingeklatscht, um übrigens Brot zu backen. Ich meine Bevölkerung jetzt von die Seife haben. Oh Gott. Ich bin einer, ich möchte meine Bevölkerung zufriedenzustellen. Hier, boah. Jolien. Oh. Äh, 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 äh. Wami, 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 das ist ein Baugumotule. Weizen. Weizen ist für den Keller, das ist mir auch nicht schlecht. Bier. Da, wo immer, Flüssigkeit. Bier, drei. Game saved. Wie viel Bier soll ich denn herstellen? Oh. Link hat hier eine Insel besiedelt. Wie boah, die denn kreuz und quer? Ach, du Schöne. New Orders? Ja, ich hau mal, warte mal, die Karte doch gucken. Ich will zehn, was ein Nambi-Pambi-Artisan macht, oder? Ich habe nur eine Bourgeois-Milksauke. Das ist echt sehr gut. Nur für ein bisschen Bier zu haben, muss ich übelst viele Weizen, so Weizenfelder, wie klatschen. Das ist ja nicht, das ist ja echt nicht normal. Oh, neuer Welt. Oh, ich habe nur eine Insel gefunden. Flagship, ready for orders. Oh, shit. Jetzt wird das shit real. Aber Wokane gibt es leider auf den Besitzenden noch gar nicht, so Katastrophen noch nicht mal. Ich glaube, das wird noch früher oder später schneller kommen, weil es dir lieb ist. Ich bin jetzt nämlich gerade mit der Expedition so weit gekommen, dass ich in einer neuen Welt gelandet bin. Und jetzt da gerade mit meinem Einschiff durch die Gegend Schipper. Du Scheiße. Ja, das kommt nämlich durch die Expedition. Und, ne ohne Witz, ich brauche zu viel Weizen, um die Zahnopo zu uns gelten und gleichzeitig meine Mühle zu betreiben. Ach, du Scheiße. Ich habe zwei Mühle, die reichen. Ja, um mal ein bisschen meine Bevölkerung hier zufrieden zu stellen. Boah. Wie habe ich fünf? Wie viel habe ich jetzt am Lager? 22. Boah, das ist ja wirklich nicht viel. Wie gemein. Wenn ich jetzt hier weiter aufsteigen muss, hätte ich das die doppelte Biermenge haben. Rätselding. Hihi. Oh, die, 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 die Linke, die hat auch schon hier, die Städtchen weiter ausgebaut, muss ich schon sagen. So, die erste Insel gefunden. Ich bin jetzt nicht, dass ich das denke, was ich jetzt hier machen muss. Uff, das wäre echt hot. Tell me you are moral and not yet another crookfingered wretch. Ich habe nur einen netten Freund gefunden. Flying ship ready for orders. Ich habe so viele Traflex-Details. Ich habe jetzt einen KI-Friend gefunden. Mit Festung und Co. Ich glaube, der ist nicht so ganz dein Freund. Äh, ist aber willig. Also müsste, glaube ich, der Piraten sein. Ne, Piraten habe ich nicht. Das ist so ein komisches Festungsfall, Heini. Ach, du Scheiße, was haben wir denn hier noch? Den mache ich überhaupt nicht. Uff. Liga-Bim-Bam. Okay. Okay. Ich habe eine komplette volle Lager. Ich kann nicht hoffen. Hoffen ist hoch gleich null. Ach, du Scheiße. Ach, Gottchen. Heiliger-Bim-Bam. We need to get stuck in, so... Ye, 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 ye. Okay, das, was ich so habe, mit Gläubigkeit nicht reichen. Noch mal jetzt komplett breite Nack-Hilfe. Oh, 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 ich glaube, in diesen alle Teil werden definitiv mehr Stunden reingehen als in 17.1 und 15.3 zusammen. Das wird so kommen. Hier wird sehr viel Zeit vergehen. Es gibt auch, es gibt doch nur ein Weltmunder bisher, also mal ein, sag mal, wie heißt das? So einen Ausstellungs-Weltmunder gibt es ja nur. Oh, ich will was mitnehmen. All I ever desired was a place to live and work. Ach, Gott. Jetzt brauche ich was. Was brauchen die? Game Save. Paprika. Oh, Gott. Paprika. Das brauche ich nur normale. Farmer? Ja, Farmer brauche ich nur. Ach, Gott sei Dank. Nur Farmer. Puff. Okay, das ist doch schon mal gut. Und dafür brauche ich Fleisch. Fleisch ist kein so. Paprika im Teil ist ja kein Problem. Das kann ich hier alles herstellen. Handwerker, so bräuchte ich die Leute, 100, alles klar, 100, 200, so viel Glas, so viel Gliese, so viel Scheibe herzustellen. Ach, du Schöne. Ach, Gottchen. Das war hier meine Prozesse, um auf die Kette zu kriegen. Oh, wir haben eine kleine. Hm. Ach, die ist wirklich klein. Hopfen. Und nur Farmer, zu Glück. Und zu Glück, weil ich nur... Für Felder nur Farmer, das ist schon mal gut. Sehr froh, ja. Ja. Und Kursum, Kursum, Skatenbomber, was völlig versammelt. Ach, Gott. Oh, ich bin mir die Straßen auch. Nein, das ist jetzt hier wirklich... Ach, du Schönen. Oh weh, der andere entdeckt jetzt noch eine dritte Welt. So, hopfen muss ich, ich hab's doch... Geil ich nicht lang, für, 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 für ein bisschen Bier. Vielleicht bin ich eben noch nur unten im Keller. Wie weit, wie viel Weizen, äh, wie viel Weizen soll ich noch anbauen? Das ist ja fast schon nie mal feil, ne? Okay, das ist ein Postgreif. Okay, das ist ein Postgreif. Jetzt muss ich das aber hier mit Weizen hier richtig hochgehen. Nee, hier ist eigentlich hier Ewigkeiten mit Problemen, die ich damit habe. What's going on in? Shepard warning. Ich hoffe, ich bin nicht zu verstanden, um zu erinnern, um zu essen, um zu essen. So, den Schweinabschlag hier ist noch nicht genug. Das ist nicht gut. So, ich würde sagen, wir haben jetzt 20 Minuten erreicht. Wir sagen, ich drehe noch eine Folge, danach denke ich mal, habe ich wahrscheinlich die nächste Aufbaustufe. Oder wenn nicht, es kommt bald ja Anno, bald ja Release, ja in zwei Monaten, ja, äh, 2. April, oder haben die gesagt, oder? Äh, 19. April. Genau. Heute ist Release-Tag. Das heißt, noch zwei Monate noch Geduld und dann kann mir jeder hier Anno spielen und wir sagen, bis gleich, haut rein. Ciao.